Und du bist auch wieder da! Wäre auch schlimmer nicht! So! Wir gehen jetzt einfach mal hier durch! Viele Möglichkeiten haben wir nicht! Ne, bin ich nicht! Aha! 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 Ui! Oh! Das sieht doch gut aus! So, probier's mal! Nein, nein! Wahrscheinlich nur nicht genau! War ne scheiß Idee! Jetzt enttäuscht mich nicht! Oh, sie wieder war aggressiv! Fast geschafft, sagt! Da merkt man direkt, dass es eine Frau ist! Äh... Macht man nicht... Ja, macht man nicht, was er will und dann, äh... Genau! Wo bist du? Ja, das weiß ich noch nicht! Ich glaub... Ne, ich bin hier falsch! Äh... Dann komm ich zurück! Ach, da... Warte, ich mach' den Portal! Äh... Warte, so geht nicht! Hahaha! So! 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 Bist du hin? Also... Komm doch! So, ich denke mein Scherfner! Äh... Wir haben hier auf jeden Fall blau! Und hier haben wir Glibber! Dumpy Glibber! Dumpy Glibber! Dumpy Glibber! Hm... Ich geh mal kurz gucken! Haha! Was bringt das? Kann man die damit aussch... Hm... Hm... Achso! Ich kann nicht durchschießen! Ja, ja! Das ist eben mein Problem! Ich hab versucht hier um die Ecke zu schielen, aber das bringt auch nicht viel! Hm... Ich hab nur da hinten hingeklippert, aber... Doch, gucken mal! Ich kann da hinschielen! Ja und dann? Ja, jetzt hab ich da ein Portal gesetzt! Ich weiß nicht wo Do da ist... Do! Do! Do ist ein Portal! Ach ja, genau! Dann... Dann fehlt hier noch eins! Vielleicht bringt es was... So zu machen! Äh... Und dann? Ich hab da erstmal hingeklippert! Ich hab geguckt, was passiert! Da hingeklippert! Warte mal! Da hingeklippert! Äh... Äh... Gelb da hoch! Besser... Gelb dahin! Achso! Gelb dahin! Sorry! Hehe! Heute bin ich Palle! Ich bin Pille Palle! Oder wie? Okay, das schießt viel zu weit! Äh... Das hat nicht besonders viel gebracht! Pille Palle? Ich bin Palle! Also ich... Für meinen Teil... habe jetzt die Idee... Glipper da langfahren zu lassen! Ich weiß aber nicht wie ich den Glipper in die Röhre krieg! Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Keine Ahnung. Du holst Klipper in der Röhre. Ja, ja. Jetzt kommt Klipper und geht direkt wieder in die Röhre. Nein, ich kann die Röhre nicht wechseln. Ich habe mit dem Knopf, auf dem ich steht, die Plattform hervorkommen. Ja, das bringt aber gerade nichts, weil wir sie nicht anballern können. Ah, ich kann aber rein und rumballern. Ja, dann kommen die anderen Freunde da. So, da ist ein Portal. Warte mal. Aber was mir das jetzt bringt, weiß ich noch nicht. Warte mal. Warte mal. Ja, ja, ja. Warten Sie. Ich habe es gleich. Ja, so ist blöd, so ist es nicht gemeint, aber ich drücke jetzt hier diesen Knopf. Ne, stopp, da fehlt was. Aha, ich bin doof, ich bin doof. Ähm. Äh, äh, äh. Bin doof, habe ich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Okay, sind wir schon gleich weit. Ähm. Fahrer hoch. Nein, 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 nein. Du, du, du. Herrlich, herrlich. Mann. Da unten ist aber auch nichts weiter. Jetzt habe ich hier jede Menge Röhre. Ja, ja, bringt dir nur nichts. Ja. Ich möchte. Möchte. Das ist kompliziert. Hm, 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 hm. Auch ein Portal von dir unter der Röhre. Warte mal. Das bringt mehr. Oh, ich habe dein Portal zerstört. Ah. Dahinter schiebt. So. Kann die Röhre dahintun. So. Dann bräuchte ich aber immer noch eins von deinen Portalen hier drin. Ja, aber das kann ich nicht setzen durch die Wand. Beschweige denn, ich kriege das nicht mal in die Röhre rein. Weil ich zu doof bin. Äh, ich blick's gerade nicht. Ich blick's einfach nicht. Nee, ich sehe hier jetzt auch nichts weiter. Was man da machen könnte. Ähm. Wenn ich jetzt da, 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 die Röhre dahin baller. So. Selbst wenn ich die Röhre jetzt dahin baller, brauche ich immer noch von dir ein Portal. Und dann drückt's das aber auch wieder zurück. Das bringt's ja auch. Ja, und Würfel haben wir nicht. Dann klicken wir ja keinen rein und hier gibt's auch keinen. Äh, es ist ja egal, ob ich hier drin auf dem Knopf stehe oder hier rumstehe. Das ist mir egal, aber... Hä, wie hast du das gemacht? So? Ich bin so doof. Jetzt müsstest du raus... Bevor das an die, äh, auf die Wand auftrifft. Ja, und wo dann ist das hin? Müsstest du rausgehen... ...und dann das da oben rauslassen. Das funktioniert? Es müsste funktionieren, es müsste die Torets ausschalten. Okay, ja. Also es muss so lang fließen, bis die Torets ausgeschaltet sind. Du musst durch die, durch die Wand durch. Durch die Wand durch. Und jetzt. Ja, äh, jetzt musst du's nur fallen lassen. Wow. Alter, wie die rumfliegen. Yes, fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Wester! Der bounced der da rum? Was ist mit dem los? Geht's nicht mehr. Oh, der war zu knapp. Hä? Was machst du da? Ich hab grad nicht hingeguckt. Wandsprung. Ich wollt doch nur ein Bandsprung. Theoretically kann ich mich da irgendwie? Nein, kann ich nicht. Schade. Na, das ist Schgriff. Ich hab Angst. Ich schaff das nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ich spring mal in mein Heilblaues rein. Sollte man das wollen? Weiß ich nicht. Einmal mal probieren. Was passiert? Ist nicht tief genug. Oh, oh, jetzt ist es tief genug. Nicht. Oh. Aber von da oben wär's tief genug gewesen. Ja, dann... Dann seh zu, wie du da runterkommst. Ich hab nämlich keinen blassen Schimmer. Ja, wenn ich aber da rausfalle, falle ich, glaub ich, ins Wasser, ne? Höhä! Höhä! Sicher? Ein Quatsch. So ein Quatsch. Weil da oben ist ja noch ne Plattform. Kann ich mich ja... Das bringt mir nix. Höhä! Höhä! Warum? Ich will nicht... Oh Gott! Au! Ich steh auf dir! Ich komm nicht weg! Wieso komm ich nicht weg? Meine Tastatur! Ach, was denn jetzt wieder? Was machst du da? Ah, geh doch. Trammelst du einfach irgendwie rum? Hähä? Ich wollte das gar nicht. Naja, ja, ja. Wozu kann man hier... Oh, ich will doch gar nicht. Was ist denn los? Ist der G? Wie war das? Wie hört man auf zu springen? So. Was ist da oben eigentlich? Ja, da... Keine Ahnung. Da haben wir das Portal vorhin gesetzt. Aber wir müssen ja hier rüber. Vermutlich. Warum springt der nicht von der Wand weg? Muss ich nicht verstehen. Also wir müssen auf jeden Fall aus dem blauen Portal rauskommen. Aus dem blauen Portal rauskommen? Aus dem dunkelblauen. Das heißt, du musst mit Anlauf in das hellblaue Reinkommen. Das wird wahrscheinlich ja der ganze Zeit. Anlauf in das hellblaue Reinkommen. Mit Anlauf in das... Kannst du mir das gerade setzen? Das sieht so sche... Scheiße aus. Oder ich hätte es mir gerade selber gesetzt. Naja, egal. So. Okay. Oh Gott. Mist. Mal wieder Kamera anmachen. Äh... Ich will nicht. Mach aber langsam hier. Äh... Näh, es lag da hinten und vorne nicht. Du musst mit mehr Anlauf da reinkommen. Oder... Moment mal. Ich habe eine ganz andere Idee. Oh ja. Jetzt hätte die auch schon früher einfallen können. Scheiße. Was hast du jetzt... Immer wenn ich die Kamera nicht auf dich gerichtet habe. Jetzt magst du mit Absicht. Nichts. Ich schaff's einfach noch nicht rüber. Wääh. Was ist die Kamera? Oh, ist zu spät. Nochmal, nochmal. Ich war Reinkiel und ich bin runtergerannt. Weil ich da hinten gucken musste, was da ist. Ups. Ich habe doch gar nicht geschossen. Mit was habe ich denn jetzt das Portal setzen wollen? Mit der Portal Gun? Hm, ich weiß nicht, mit was das jetzt. Ja, ja. Naja, wenn's einmal läuft, läuft's, aber... Aber die weiß man nie. Äh. Schaffst du das von der Höhe schon, oder? Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Näh. Ja, irgendwie muss ich ja, weil die Wand ist ja und zeigt mir ja an, ich soll da hoch. Irgendwie muss ich doch auch an die Wand springen können. Weil der Nachbar wieder mit seinem Motorrad. Ah, Gott. Ich will nix. Naja, alles gut. Oh, Gott. Ach, kann man da nicht hoch? Kannst du die Säule irgendwo rauskommen lassen? Vielleicht hier? Ja, kann ich. Oh. Oh. Tschüss. Säule da raus. Äh, ich... Was ist passiert? Was ich überlege gerade, wenn du da hoch schwebst und ich setze das Portal um, dann könntest du runterfallen und versuchen, da noch rüber zu schwenken. So, ich setze das mal um. Äh! Nochmal, oh. Ja. Und ich setze jetzt noch um. Geh doch. So, mal schauen, was du siehst. Ein Knopf. So. Der hat jetzt was gemacht. Schalter deaktiviert. Schalter. Die blaue Blub. Ah, jetzt können wir zur Wolltür springen. Wir können jetzt da hinten rüberspringen, ja. Sehr schön. Huiiii. Er will sich einfach nur fallen lassen kaufen. Nein. Oh, ich hab nicht... Was machst du? Ich hab mal wieder die Kamera nicht aufgehabt. Unglaublich. Okay, da ist eine Kamera, die nicht aktiv ist. Wahrscheinlich wird die erst aktiv, wenn du es mal rüberschaffst. Hm? Kamera? Naja, an der Riesen-Walltür. Äh. Was machst du da? Ich kann's nicht. Heute ist nicht mein Tag. Unglaublich. Ich drück... Ich drück! Ich kann ja nicht mehr wieder drücken. Nee, du hast nicht gedrückt. Doch, du hast doch gehört. Nein. Springen kann ich noch, ja? Drücken nicht vergessen. Das war zu früh. Das war zu früh. Auf den blauen musst du drücken. Ich hab's genau in der Kameraperspektive gesehen. Drück doch. Ja, aber nicht zu früh drücken. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Das war wieder zu früh. Ich drück! Ich kann das nicht. Alter, ich kann das nicht. Das ist eigentlich eine größere Fläche und du hüpfst genau drüber. Guck! Schon wieder? Bei mir bin ich genau drauf. Dann versuch mal nicht zu hüpfen. Vielleicht hüpfst du alleine. Warte, du springst einfach nur drüber. Geht doch! Wirst du da erst gar nichts machen müssen. Oh, Mann. Oh, wie mies ist das denn? Ich brauch gar nicht hüpfen. Unglaublich. Ja, was jetzt? Ja, was denn? Mist. Nicht aufgeben. So, ich will so ein Ripp hier dann. Hast du eine Beleuchtung? Nein, hörte Gott. Weiß es nicht, was mit der Kamera ist. Vielleicht machen wir ein paar Faxen vor der Kamera. Vielleicht geht's damit. Der Mechanismus erkennt, dass ihr keine Menschen seid. Oh. Geschafft. Hihi. Juh. Der Wald öffnet sich. Ich erinnere mich, da war dann wieder so eine kleine Minitür dahinter, kann ich sein? Da war doch irgendwas. Aber das sieht cooler aus als im Singleplayer. Nö. Ich hab, ich hör fast gar nichts von dem Video. Kann es sein, dass ich hier im Single... Und da guckt. Ja, was? Das ist im Singleplayer nicht so spektakulär, aber? Weiß es nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Ein Klapp, da hat sich nur die Tür geöffnet, ne? Ja. Ja. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Psch. Ein Mensch. Psch. Das Testen hat sich gelohnt. Noch einer. Psch. Und noch einer. All diese Testsubjekte. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Okay. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Oh. Du hast mich kaputt gemacht. Nein, GLaDOS hat uns gekillt. Achso. Hat so ausgesehen, als hättest du mich beim Abklatschen kaputt gemacht. Ja, genau da hat GLaDOS dich gekillt. Oh. Und gerade von mir war sie so, so überzeugt. Ja. Und hat meine Fähigkeiten erkannt. Sehen wir die Akten ein. Kein Teamplayer. Soziale Inkompetenz. Ich glaube, die redet über dich. Was? Ah, gerade bei soziale Inkompetenz. Teil? Nee. Mhm. Schläf nur. Das trifft auf dich zu. Ah, ah. Tu ich gerne, ja. Äh, da war eine Tür dabei. Nee, pünktlich. Echt? Ich hab keins gesehen. Das könntest du sein. Was? Nee, pünktlich. Schälter Zuhörer. Hm. Kass ist es. Häufiges Licht erscheinen. Häufiges Licht erscheinen. Schlapper Maul. Ja, das bist definitiv du. Oh. Hast Montage. Kann das sein, dass ich andere Sachen höre wie du? Äh. Keine Ahnung. Schlampig. Es kam schlampig. Ja, schlampig. Also wir hören dieselben gut. Oh, der Würfel. Oh, der Würfel. Hihihi. Der Würfel. Was macht ihr damit? Ja, die Credits. Oi, Bella. Rücktisch. Rücktisch. Also ich... Ich glaube wirklich, was hier redet, ausschließlich über dich. Immer schlecht gelaunt. Ja, gut aufpassen. Ja, weil ich immer schlecht gelaunt bin. Oh. Guck mal, da ist Orange obermeck. Hm. Launisch. Hat Angst vor Nähe. Ah, liebe Zeit. Mhm. So, kommt's raus. Mhm. Ängstlich. Aggressiv. Das mag ich. Hehehe. Hehehe. Schüchtern. Okay. Das ist mir neu. Liebt Schadenfreude. Aha. Also wie man Schadenfreude lieben kann, weiß ich es noch nicht, aber Schadenfrohsein. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun Sie alle. Hehehe. Bewegt Lippen beim Lesen. Nein. Bitte. Sicher? Analphabet. Nachdem man die Lippen beim Lesen bewegt, ist man auch noch mal an Alphabet. Kein Mitgefühl. Betrüger. Hm. Waaaaa. Tja, siehst du mal. Klaut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Also, dann sind wir jetzt durch, ja? Es scheint so. Aber es ist doch recht interessant. Wo liegt das Problem? Schwarz Seher. Naja, wir sind ja schon bei R. S. Randstifter. Überzieht Mittagspause. Ne. Würde ich auch nie tun. Ignoriert aktuelle Aufgaben. Nicht mehr lange lange. Scheut Verantwortung. Okay. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Zur ersten Person. Glaube ich. Nein. Okay, das sieht man die ganzen Sprecher von denen. Auch recht interessant. Muss ich mir auf jeden Fall noch mal im Video angucken. Habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt, weil der Hintergrund sehr interessant war. Hm. Ja, für Chell gibt's auch ein Face-Model. Echt? Ja. Alessia Glidwell. So was gab's damals schon. Ja, das passiert halt auf einer echten Frau. Wo sie als Vorlage von ihnen haben. Ja, ja. Aber so was gab's damals schon. Ja, natürlich. Hat man da nicht einfach irgendwas erfunden? Hat man das halt gemacht? Man kann sich ja immer inspirieren lassen. Warum nicht? Hm. 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 Nee, Konfetti. Ah, weiter geht's. Normalerweise solltest du deinen Hut erhalten haben. Hab ich. Oder aber erst nach dem extra Level, was wir ja nicht machen können, weil die Hauptstory noch nicht. Noch nicht? Naja, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Glückwunsch zur erfolgreichen Rückkehr ins Zentrum. Von hier aus können Sie alle abgeschlossenen Tests erneut absolvieren. Gut. Einmal mit vorne, bitte. Was? Na gut. Das war's mit Portal 2 im Koop mit Lin Ray zusammen. Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Das war wirklich recht unterhaltsam. Und mal schauen, was die Zukunft bringt. Man weiß es nicht. Ja, wenn euch das gefallen... Sie gucken auf jeden Fall diese Kammer da hin. Diese Kammer. Diese hier. Diese Kammer. Da müssen wir noch hin. Ja, das ist dann extra. Schauen wir mal. Ja, das... Das müssen wir noch machen. Ja, aber der offizielle Part ist eigentlich... Äh... Aber vielleicht sieht man sich ja wieder. Schauen wir mal. Und... Wenn das der Fall ist, würde es mich freuen. Oder würde es uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Juuu. Gau. Mal wieder.